unser neues sofa ist wirklich sehr gemütlich ja das stimmt schauen wir mal was so im fernsehen kommt herzlich willkommen liebe zuschauer wir haben heute ganz besondere angebote für sie nicht wahr chantal auf jeden fall kevin wir haben hier heute wieder eine fantastische auswahl für sie liebe zuschauer wir haben wunderschöne kleidung exklusiv nur für sie was ist denn das ist das werbung so ähnlich das ist ein teleshopping sender hier kann man sachen bestellen darf ich mal unser model zu uns bitten hallo hallo sie können heute diese wunderschöne herrenjacke bestellen in diesem tollen kamel beige eine farbe die wirklich zu allem passt ja da hast du so recht chantal außerdem ist sie sehr aufwendig verarbeitet sie sehen es meine lieben zuschauer sie hat sogar knöpfe das heißt sie können die jacke auch auf und zu machen das ist ja praktisch und sie können diese jacke sogar waschen wirklich das ist ja wahnsinn in der waschmaschine kevin ja chantal sogar in der waschmaschine das ist ja super diese jacke gibt es zu einem sonderpreis ich muss kurz nachschauen meine lieben zuschauer ich kann mir nämlich keine zahlen merken für unglaubliche 1 euro 50 nein das sind die herstellungskosten ja ich sehe es meine lieben zuschauer für 98 euro das ist ja wirklich ein schnäppchen wenn man die qualität bedenkt natürlich kevin schauen sie sich diese jacke ruhig noch einmal ganz genau an dieses angebot gilt übrigens nur heute unglaublich was hier einem geboten wird und es kommt doch besser wenn sie zwei kaufen erhalten sie noch diesen vorschlaghammer dazu und bei drei bestellungen diese delikatessgurken und ab fünf jacken gibt es außerdem diese blumen vase gratis dazu in der passenden farbe zur jacke sagt man was schaut ihr euch denn da an das ist doch nicht deren ernst oder zögern sie also nicht zu bestellen ich glaube da muss man nicht lange überlegen wir kommen jetzt zu unserem nächsten angebot dieses mal etwas für die frau unser model zeigt es gleich so hier sehen sie ein wunderschönes kleid in tollen leuchtenden farben ein hingucker auf jeder party und das beste ist dass es abwaschbar ist denn wer kennt das nicht jemand schüttet sein getränk aus und normalerweise wäre dann die party für sie gelaufen ja aber in diesem fall brauchen sie nur um einen wasser eimer und einen putzschwamm zu bitten die flecken lassen sich einfach abspülen und in wenigen sekunden ist das kleid wieder blitz sauber von diesem kleid haben wir nur eine begrenzte anzahl am lager deshalb bestellen sie schnell die ersten 100 bestelle erhalten gratis einen putzeimer und einen schwamm dazu ein putzeimer dazu ist das wirklich so toll papa ich finde das doof ja ich schalte mal weiter wobei das ja fast schon lustig ist ach je die haben ja sogar noch ein zweitsender liebe zuschauer toll dass sie eingeschaltet haben ich präsentiere ihnen heute diese einmalige pfanne und jetzt zeige ich ihnen was man mit dieser super pfanne alles machen kann sie können damit fleisch und wurst anbraten hähnchen braten fisch anbraten spiegeleier braten und wer unbedingt möchte kann sogar gemüse braten diese pfanne ist äußerst stabil nicht mit diesem hammer mit dem gummihammer mann dieser hammer ist doch das geschenk dazu ach so gibt mal eine neue pfanne und weiter geht's meine damen und herren diese pfanne ist einmalig hitzebeständig sie können damit auf einem cerankochfeld arbeiten am gasherd sie ist backofenfest und als erste pfanne mit dem prädikat vulkanbeständig ausgezeichnet stellen sie sich das mal vor sie könnten damit sogar auf glühender lava ein spiegelei zubereiten jetzt versteht sich damit von selbst dass sie damit auch grillen können heiß feuer hilfe es brennt hey da brennt keine panik sie müssen nur bedenken dass der griff aus kunststoff und nicht feuerfest ist da ist ja was los also ich frage mich immer wer so etwas kauft ich mache schon auf hallo guten tag frau hauser können sie vielleicht pakete für die eltern annehmen die sind nicht zu hause ja klar mache ich so ah moment eines fehlt noch hier geht es jetzt zu weiteren videos von familie hauser und über diesen button könnt ihr uns kostenlos abonnieren damit ihr kein video mehr verpasst